Hallo nach Bauten und herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog auf meinem Kanal. Wir sind heute hier ein bisschen auf einer Alm, ja, wie in Berge, ein paar schöne Berge. Und hier zeige ich euch mal die ganzen Tiere. Also, ein wunderschönes Auto. Meine Mutter. Hier sind die Tischen, die Ziegen. Ein ganz süßer Vierer. So, kommt auch einer her. Okay, das sind die Vierer. Sogar ein Baby ist dabei. Gut. Dann gehen wir weiter. Für meinen YouTube-Kanal. Mein Mutti. Hier ist der Traktor. Also, da hast du den Traktor. Ne? Ein Schmetterling. Ups. Kriegen die das ins Bild. Ist egal. Wie sie sind. Lass auf jeden Fall ein Abo da und eine so positive Bewertung. Das würde mich freuen. Und ja. Hier haben wir eine Hände. Aber ich weiß glaube ich jetzt, wo die ganze Hände sind. Und sage ich auch, wie viele Mal die Kühe. Hier, kleines Haus. Gummistiefel. Moin. Hier sind die Kühe von hinten. Zeigen wir euch gleich noch mal von vorne. Dort kommen die Schweine und die Hennen. Hier sind die Steine. Dort. Ich gehöre dort. Oh. Also, ich bin. Kortkonsten. Dort. Dort. Kungen. Da haben wir sogar eine Kuh. Moin Kuh. Hier haben wir sehr viel. So sind die Hühner. Wir haben nur die Hühner. Tolle. Okay. Und schau mal. Du hast mal ein nettes Kalbchen. Kalb. Hey. Geh weg. So ein Kalb. Pssst. Hier war Schweine. Moinchen. Ich hab nix für die. Mein Handy ist nix für die. Hier. Das sind die ganzen Kühe. Ja. Ganze Kühe. Ganz nett. Da sind ja Hühner drin. Alles klar. Hier haben wir einen kleinen dreckigen Bullen. Oha. Da haben wir Gabriel. Was drunter fährt. Da haben wir die Mautstelle. Dass man da reinkommt. Muss ich aber nix tollen. Deshalb muss. Wir sind einmal mit dir. Aber nix tollen. Und. Ja. Es wusste eigentlich. Lass auf jeden Fall nochmal ein Abo da. Und falls ihr jetzt noch nicht geliked habt. Und abonniert habt. Warte. Ich gebe auch kurz Zeit. Gut. Zeit gegeben. Dann seid ihr cool. Wenn ihr nie. Wenn ihr abonniert habt. Seid ihr cool. Wenn ihr nie. Wenn ihr nicht abonniert habt. Seid ihr uncool. Tschüss.